Lamborghini, das sind Supersportwagen in bester italienischer Tradition. Extrem und kompromisslos. Doch ebenso wie für Tradition steht Lamborghini für Innovation. Im Mittelpunkt stehen die zwei wichtigsten Argumente für einen Lamborghini. Design und Performance. Der wichtigste Parameter für Performance ist das sogenannte Leistungsgewicht. Und Kohlefaser ist dafür das Zauberwort. Heute suchen wir weltweit nach den bestmöglichen Partnern. Zum Beispiel hier in Seattle. Wir arbeiten hier zusammen mit der University of Washington und mit Boeing. Die Forschungs- und Versuchsarbeiten in unserem Labor in Seattle passen perfekt in unsere Strategie. Ich darf Ihnen vier Zahlen nennen. Sie machen unmissverständlich klar, welch explosives Paket wir gebaut haben. 570 PS, 999 Kilogramm und ein Leistungsgewicht von gerade mal 1,75 Kilo pro PS. Und nur 2,5 Sekunden für den Sprung von 0 auf 100. Meine Damen und Herren, Sie werden einen Technologieträger sehen, der Sesto Elemento heißt. Und jetzt, Sie werden einen Technologieträger sehen, der Sesto Elemento heißt. Ladies and Gentlemen, please welcome, President and CEO of Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Buonasera, Signore, Signori und herzlich willkommen. Der Sesto Elemento, weniger als 1.000 Kilo schwer und somit der leichteste und wendigste Lamborghini, der jemals gebaut wurde. Warum heißt der Sesto Elemento? Weil Carbon im Periodensystem an der sechsten Stelle steht. Und in Zukunft wird jeder neue Lamborghini den Geist des Sesto Elemento in sich tragen. Meine Damen und Herren, der Sesto Elemento. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus